Musik So und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Hier live mit Daniel wieder Live, hallo Ja richtig live, weil wir wurden ja oft gefragt, ob wir das nachkommentieren Beziehungsweise ich werde oft gefragt, ob ich das generell mache Machst du das, Daniel? Ja natürlich Nachkommentieren? Ja Warum? Alter, das war ein Spaß, natürlich mein sowas nicht Das wäre viel zu umständlich Ja, mir wäre das auch so umständlich, weil das wäre die doppelte Aufnahmezeit Zehn Minuten aufnehmen, zehn Minuten nochmal nachkommentieren Wenn man das beides gleichzeitig macht Meine Frage, haben wir hier oben im Haus noch, das Texture Packs sieht aber wirklich wunderschön aus Ja Wir spielen ja übrigens, wie heißt das nochmal genau? DoorTax Ich habe das jetzt auch wieder drin, genau Aber ganz kurz, ganz nebenbei Übrigens, wir haben jetzt 15-minütige Folgen Weil ihr es euch gewünscht habt, haben wir gesagt, wir machen das jetzt Und dann 15-minütige Folgen Feed the Beast Ja Kann es sein? Ne, ich habe gehuset, aber trotzdem danke Wir haben noch hier oben im Lagerhaus, äh, im Haus noch, äh, Gras, ne? Ja Weil im Texture Pack sieht das so schön aus, das sieht aus Das sieht aus wie, äh, ach halt, warte mal, ich muss noch scruffen Das sieht aus wie Gras Komm, ist nicht nur falsche Gedanken, dass wir das da lassen, oder so Äh, ich weiß nicht welches Pass auf, darf ich ganz kurz, darf ich kurz den Regen ausstellen Ja Das muss noch, weil im Surf irgendwie einstehen, dass der Regen wegkommt Ja, ne, das machen wir nur, äh, ganz einfach, weil es einfach nervend ist, oder? Das ist extrem nervig, ja Huch, Daniel, wir haben einen Fehler gemacht Eigentlich hätten wir einen freilassen müssen, weil jetzt ist hier der Genau, genau, wir haben einen Fehler gemacht, muss auch da runtergefallen So ein fataler Fehler, wie du siehst Ja, wir können ja hier unten nochmal eine extra Decke machen Was kommt denn hier für einen Boden rein, auch Cobblestone-Boden? Ja, würde ich sagen, gerade Ja, gut, wir haben ja noch, glaube ich, welchen, oder? Wir haben dir gerade was hin Ja, ich habe, glaube ich, sogar noch welchen im Inventar Oder warst du das gerade, der mir das hingeworfen hat Ich? Das sind zufällig Knochen Ah, nee, halt, warte, das ist gebrannter Stein dann, ne? Oder? Ja, das ist schon fertig Äh, das heißt, es sind Stone, Stone Bricks sind das, ne? Kann das sein? Könntest du doch Novais ein paar machen? Ja, die sind noch arm Dann wäre ich so nett und würde das schon mal machen Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir 15 Minuten haben, ne? Ach da Ja, E-Batterie, Copper Cable, Tim Oh, haben wir Tim Hast du auch, äh, parallel, sagst du jetzt noch eine Stabuhr laufen? Ich nicht, ne, ich gucke unten auf die Uhr Was für unten für eine Uhr? Bei Windows? Ja Ach so, ja, weil Wir haben ja super genau um 10 Uhr angefangen Das ist perfekt Drei Minuten liegt die Folge schon Und jetzt ist es auch drei nach zehn Mhm Ja, wir sind halt Profis, weißt du? Ich hoffe, dass es mit der Helligkeit geht Ach so, muss ich mal gucken, wie habe ich die überhaupt eingestellt? Warte mal, Options, ähm Das ist trotzdem relativ dunkel Video-Settings, Brightness, Moody, mach ich mal Bright Ich habe es auch Bright gestellt Äh, die Stormbricks entstehen doch nochmal, wenn man den Ofen tut, ne? Oder bin ich jetzt ganz kirre? Äh, du bist ganz kirre Du musst hier dann nochmal kaufen Ach so, mit Vierern dann, ne? Mhm Also erstmal in Ofen und dann Vierer Ja Dann muss ich erstmal, denke ich mal, noch hier was reintun Du hast ja irgendwie so ein Erd da reingetan, warte mal Ich, äh... Ja, das brauche ich gleich Warte, aus Cobblestone Äh, was auf den Tum da rein Hast du irgendwie was hier zum Brennen? Inwiefern? Irgendwie, soll ich Holz dafür nehmen, oder was? So, äh... Ja, Kohle brauchen wir es dann Haben wir eigentlich Kohle? Kohle haben wir bis dann Ach so, halt, hier ist die Kiste, warte mal, guck mal, wie viel wir drin haben, weil wir brauchen es auch für Fackeln, ne? Ah, Hilfe, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne Oh Gott, wenn man nicht mal allein lässt hier, Daniel Äh... Kohle haben wir Ja, pass auf Wo bin ich gestorben? Pass auf, ich nehme mal... Drei von der... Drei Stück von Kohle, ja? Hm? Was, bist du gerade gestorben? Ja Was hast du denn eingegeben, damit du jetzt wieder da zurückgekommen bist? Äh, du kannst auf M drücken Ja Und dann, äh, unten steht Wegpunkte Achso, nee, aber auf jeden Fall, ich sehe hier mein Punkt, Last Death, das ist immer so schön zu wissen, wo ich das letzte Mal gestorben bin, oder? Egal, wenn du M drückst und dann Waypoints drückst Äh, warte, warte, warte mal, scheiße, ich bin so doof, ich bin so doof, immer wieder Ja Ich hab gerade den falschen Ofen angemacht, aber, ey Ich werde immer schusseliger, du Ich sag's doch Daniel, tu mir einen Gefallen, ja? Pass in der Schule, bitte Nein Ich brenne schon wieder Pass in der Schule gut auf und Ende nicht so wie ich, ja? Ist so ein gut gemeinter Rat Wirst du das so früh sagen müssen? Nee Ist schon zu spät Ja Ach, Daniel Mensch Oh Mann, so Zufrieden Äh, eigentlich wäre jetzt schon Wartel war unnötig, irgendwie, die hätte nix gebracht Wer unten und mein Freund da Ja Wieso, die hat doch einen langen Gang gegraben Ja Es hat aber keine wirkliche Items gebracht, die wir brauchen Ja, aber Stein, oder? Ja, Stein Ja gut, aber lieber jetzt so haben, als dann selbst zu craft Warte mal, ich muss mal ganz sicher ein Fenster zumachen Bam Ja, siehst du mal wie sportlich ich bin, wie schwungvoll ich das zumachen kann, siehst du? Aha So, ähm Hast du zufällig Knochenmehl, oder Knochen? Knochenmehl? Oder Knochen? Du, wir können doch diese Nacht mal wieder rausgehen und ein paar Zombies Äh, du verstehst, was ich meine Sehe ich denn draußen Ungeziefer? Ich sehe gerade Also wichtig wären ja auf jeden Fall Knochen Ich sehe gerade eigentlich keine Monster, deswegen bin ich gerade ein bisschen schockiert Hallo Nein, warum? Monster Oh, ich sehe einen Zombie, ich nehme es zurück, ich sehe Monster Aber das Haus sieht, finde ich, schon sehr gut aus, besonders mit dem Texture-Pack hier So, jetzt habe ich schon ein bisschen Stein Und jetzt habe ich die ersten Bricks fertig Acht an der Zahl sogar So, jetzt machen wir noch ein Tunnel, so So, so So, so So, 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 so Was? Ähm Jetzt ist es ausgegangen, aber ich mache das hier systematisch Und ich würde sagen, dann machen wir auch das Obergeschoss und dann kriegt jeder von uns ein eigenes Zimmer, oder? Ja Kann da jeder seinen eigenen Bereich gestalten, so wie er meint, wie es dann richtig aussieht Ach, wir haben jetzt fünfmal Schleien, hätte ich eben schon mal mehr craften können Daniel Hä? Ich lebe noch Ja, nee, du lebst noch? Ja Ja, gut, das muss ich ja manchmal fragen, ne, weil du ja manchmal hier abnippelt, kann das sein? Ja, ich bin dann schon echt konzentriert Muss ich mir Sorgen machen? Äh, nö, eigentlich nicht Äh, jetzt ist meine Frage, wo bist du überhaupt? Ich bin unten bei der Törtelmöhrtel Ach, so, Mensch, du bist so weit unten, ich habe da gar nicht runtergeguckt Ich dachte, du wärst irgendwie an der Oberfläche So, ich mache mal ein bisschen Licht, weil ich habe eine Ausnahme gesehen, dass es relativ dunkel ist Ja, nee, gut, das ist schlimm, habe ich auch gesehen, deswegen, äh, habe ich jetzt die, die Helligkeit hochgestellt Ja, ich hatte sie auch schon, um, da trotzdem noch, ne Ja, nee, gut, aber es hat, wie gesagt, besser, wenn man das jetzt im Vorrauschen gemacht hat Wie soll ich jetzt übrigens mal hier hinkommen, bitte? Oh Gott, Mensch, dann, ich bin echt so blöd, weißt du das? Ja Wie, ja Was? Hä? Da sagt auch noch ja, wenn du frage, weißt du, wie blöd ich bin Hallo? Äh, jetzt besser, wie wenn ich nicht richtig, bitte, ne? Äh, na, 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 warte mal, ähm Ich brauche noch mehr Kohle, aber, ähm, hatte ich ein bisschen Kohle erfahnt, die Die Tüllo Ja Hilfe Ich komme, äh, wir haben einfach keine Skelette hier, ne, keine Skelette Dann kann ich noch ein bisschen Kohle nehmen, oder, Daniel? Wow Ich nehme zwei, dann haben wir noch vier Kohle, weil, ähm Also ich will dafür mal die Löcher ein bisschen schloppen Ja, genau, also, äh, deswegen, äh, ja genau, die Bauarbeiter, also ich hier weiß ganz genau, wie ich hier, äh, rumlaufen muss, weißt du? Warte mal, ich mach jetzt mal ganz kurz, als ersten Schritt so, ja, und so So, bitteschön Dankeschön Aber das Haus, wenn ich, dafür, ja gut, wir hätten natürlich mehr schaffen können, wir hatten natürlich dann Wo hast du das Tin hingemacht? Was für ein Tin? Ja, da war Tin drin Äh, achso, das hab ich mitgenommen, außer sehen, warte, ich gib's dir, ähm Böser Junge Hier, Tin Ohr, hier, bitteschön, hab ich Den Ofen, mit Tin Ohr, hab ich übrigens gerade, außer sehen, angezündet Weißt du, so schusselig bin ich schon Und wir können mal ganz kurz Im Stall der Liebe für Liebe sorgen Na? Ja, das ist doch hier auch immer ganz romantisch So So, jetzt haben wir da eine ganze Menge Kühe drin Ich würde sagen, wir warten aber erstmal noch eine Zeit Und hier ist ganz viel Weizen, Daniel Ich werde mal meine Farmer Aua Ich werde mal meine Ne, du musst auch was, ich bin nämlich gleich hier abgenippelt Oh, ne Oh, hier sind ja doch Warte mal, ist hier überhaupt schon das richtig gewachsen? Wie sieht das denn dann? Ach, so sieht das dann aus, ne? Ah, es ist so dunkel Ich mach dann gleich ein paar Brote, ja? Mehr praktisch, weil ich ihn aufreiche Das Schlimme ist, ich kann gerade noch nicht mal Ja, gleich kann ich nicht mehr laufen Das muss ich halt sehr wahrscheinlich Echt? Ja, weil ich hab Ah, ne, ich hab noch zwei Brote dabei Ich mach jetzt aber was Na, unten müsste ein Skelett sein Hab ich irgendwie Ich brauch Skelette Wieso ist denn da nichts hier gewachsen? Äh, da bräuchten wir mal ne Axt, ne? Äh, eine, eine Dings Ne? Daniel! Ich lebe noch Immer wenn ich, wenn ich, wenn ich weiß, dass du weg bist Knallt es danach Irgendwie Was ist das für ein komischer Zufall, Daniel, ne? Ah, ne? So, jetzt kann ich nicht mehr rennen So, ich geb dir, brauchst du so'n Brot? Ich brauch nix, ich hab volle Hungerdinger Ja, nachdem, hast du den Creeper gegessen, oder was? Ja Ach, du scheiß immer So, ich würd' sagen, wir Arricht Ne, pass auf, wir machen's erstmal so Ich crafte das erstmal hier zu Ach, bist du da grad beschäftigt, Mensch, ne? Dann mach ich das an der Kiste Ähm Jedoch nicht alles an Weizen verbrat ich für Brot Denn ein bisschen bleibt noch für die Tiere und zwar genau fünf Ich hab jetzt vier Brote gemacht Wenn du etwas brauchst, kannst du es Und eigentlich wäre jetzt die Folge zu Ende Ja, eigentlich, aber Daniel, du weißt, ne? Eigentlich Hast du da was angefangen zu craften? Ja, das kann, ne, das ist bei den Tabels und das kannst wecken Ja, das, äh, ich warte, bis du das wegmachst Ja, ich brauch das nicht mehr Ja, ne, weil ich bin grad auch noch beschäftigt mit Stonebricks machen Jedoch der Ofen Jetzt geht der Ofen schon wieder nicht, äh Ja, bald haben wir den elektrischen Ofen Dann geht alles Äh, du hast auch was Irgendwas wolltest du doch noch sagen, was du da Jetzt irgendwie Gecheatet hast Daniel Ja Was war das denn? Äh, Setzling ist, wir war bei Bäumen Und warum hast du das getan? Könntest du... Scheiße Äh, nicht Scheiße, das hab ich grad nicht... Scheiße, ich hab mal heiles Herz abge... Ah, Mist Kacke Kacke hab ich grad offiziell nicht gesagt, ja? Das hast du nur so gehört, bei ne Wahrnehmung Bei ne Fehlwahrnehmung Ja, haben wir echt gar kein... Gar keine Kohle mehr Wir hatten doch, doch in der eisernen... In der in dieser Eisenkiste, da sind noch... Vier Stück drin Wir müssen das unten unbedingt nicht Lager anfangen zu bauen Ja, wobei lass mir noch kurz hier diese beiden Stolzdinger hier zumachen Also zumindest, dass wir schon mal die Kisten reinmachen können Wer hat denn da die Tür aufgelassen? Ich nicht Ich nicht? Du warst es nicht? Ja, das ist ja gut Äh, warte mal, dafür brauch ich... Warte mal, äh, 1, 2, 3, 4 Da machen wir mal ganz kurz 1, 2 rein So Wir werden jetzt Sachen unterstellen, ne? Ja, aber echt jetzt mal, hallo? Ne, aber äh, also was hast du jetzt genau nochmal... Das hat mir nämlich gecheatet, weil das unglaublich schwer zu bekommen ist und damit ist es nicht langweilig, würden wir hunderte von Folgen danach suchen Hast du dir diese Rubber-Sitzing... Ich hab nur noch 4 Stück, kann das sein? Kann sein, haus dir einfach irgendwo hin Ne, ich geb sie dir! Wo bist du denn Daniel? Ich bin grad im Keller Moment, ich komm gleich auch nach, also wahrscheinlich fall ich eh gleich wieder durchs Loch durch, du weißt Ähm, ich hab noch meine Ruby-Pick-Ax Hast du die auch noch? Ich hab aber eine Sch... Da, 4 Okay Also, pass mal, jetzt müssen wir das jetzt hier noch braten So Den letzten Stein müssen wir braten auf einem Grill Ging logisch Kennst du bestimmt das Phänomen? Wir müssen jetzt mal... Wir müssen ja öfters jetzt aufnehmen Äh, weil es ja nur 15-minütige Folgen sind, ne? Wie du weißt Ja Aber da hab ich auch Lust drauf irgendwie, oder? Es soll immer witzig Ja Ja Äh, Daniel, wo waren wir grad beschäftigt? Die Wand muss ja rausgerupft werden, ne? Mhm, ich wollte grad abladen für die Kisten Ja, ich helfe dir mal dabei Da kommt da noch einer Oder könntest du dich schon mal um den Boden kümmern, weil es ist etwas ungünstig hier in der Höhe zu arbeiten Das war's dann Äh, was? Ich hab da gar nichts zugebracht Ja, der Boden muss doch gemacht werden aus was Äh, hast du ja auch aus Stonebricks? Ja Du, wir brauchen irgendwie Kohle, ganz dringend, weil wir müssen ja dann in den Stein brennen Wir haben so viel Stein, nur so wenig Kohle Ja, aber irgendwann, äh, die Kohle müssen wir sparen, weil wenn wir dann einen Generator haben Da machen wir dann Kohle rein, also das ist vorerst unsere Energiequelle, weil später können wir mit Solarenergie und alles, Mann Äh, machen wir uns hier Kohle rein und durch die Kohle trinken wir dann Stroh Also wollen wir lieber erstmal, äh, äh, was ist denn passiert, Mensch? Äh, das muss dann so, so, so gemacht werden Oh nein, ich hab zu wenig Körper Ähm, also meine Idee wäre dann, wollen wir dann mit Holz machen Was? Das dann im Ofen dann brennen Äh, ja Zumindest, äh, wieviel Holz hast du denn? Ich hab grad gar keinen Holz Ich hab, ich hab noch ein bisschen Holz, weil ich muss ja mal gucken, wieviel Ich suche aber Bäume Wie? Die sind doch voll, die sind doch vor der Tür Ja, die müssen aber erst mal wachsen Äh, musst du die jetzt einmalig pflanzen, oder? Das ist das Ende der Folge Äh, genau, dann, wollte ich grad sagen, grad war 14. Ich hab mir gesagt, eine Minute noch Jo, gut, das war dann das Ende von der Folge, wir sehen uns dann nächste Woche Tschüss Tschüss Tusch zum nächsten Mal.